Hi Leute, der neue Wein des Monats ist da und mit neu meine ich auch neu. Reisrad von Buhr, geiler Stoff, geiles Etikett, was die Aromen des Spätburgundes widerspiegelt. Trotz dass er sehr trocken ist, kommt der Granatapfel, das Florale, die Beeren hammermäßig raus. Super fruchtig. Holt euch die Neuheit einfach nach Hause und genießt den geilen Stoff. Bis zum nächsten Mal.